Hallo meine Freunde, Herr Sonne, da sind wir wieder und ich muss auch ganz kurz hier mein Mikrofon richten, ihr kennt's. Heute reagieren wir auf Helmut und Dunkelmut für immer. Das wird, glaube ich, eine sehr romantische, sehr traurige, tiefführende, tiefgründige Geschichte. Ich hoffe, ihr habt ein Taschentuch dabei und an die Männer, ihr wisst, die Taschentücher sind natürlich zum Heulen da, weil ihr abends immer heult. Ja, dann gucken wir mal rein. Schauspieler in der Zukunft sein, Mann. Du wirst ganz viele Auszeichnungen erhalten und reich sein. Hä? Wo unterschreibe ich? Okay, Leute, ich will keine Gnade sehen. Alter. Ja, man sollte immer vorher den Vertrag lesen, bevor man den einfach unterschreibt und vor allen Dingen auch vorher vielleicht mal nachfragen, was genau man da machen sollte oder soll. Also, ne. Aber wie vielen gefällt das vielleicht so. Also, könnte ich mir auch nie als Job vorstellen, ne. Also, irgendwie, weiß ich nicht. Stell dich mal gerade so vor, ne. Also, irgendwie, man ist dann mit der Frau am rumhantieren, am rumwerken und dann neben steht irgendwie so, ne. Kamerateam und dann erinnert der, der Sagen hat, oh, bitte die Position, auch bitte lächel mal ein bisschen mehr. Ja, wir machen jetzt mal hier so einen Cut und du denkst dir so, hm, ich kann nie mehr. Du, wie lange soll das Video gehen? Zwei Stunden, ey. Also, Gnade sehen. Hey, Dunkelmut, guck mal, was ich hier gefunden hab. Ah, voll cool, Helmut. Ja, Mann, also, ah. Ah, was zum Fick, Helmut. Das wollte ich nicht, Dunkelmut. Geh von mir weg. Verschwinde, Helmut. Ich kann nicht. Helmut, was sollen wir tun? Ich bin nicht schwul, Mann. Dunkelmut, ich bin auch nicht schwul. Und jetzt, Helmut? Helmut, der einzige Weg raus ist, dass sich beide Finger berühren, damit sich die Falle löst. Dunkelmut, also, wissen wir? Helmut, es ist der einzige Weg. Das ist schwul. Ich bin nicht schwul. Ich bin auch nicht schwul. Also, kommen wir da nie mehr raus, Helmut. Wir leben jetzt zusammen, Helmut. Wir sind ja nicht schwul. Ja, Mann, Dunkelmut. Ihr zwei Pussis sollt ihr verschwinden. Jetzt. What the fuck, ey? Wir hatten ein abgefahrenes Leben, Helmut. Ja, Mann. Aber jetzt sterbe ich, Dunkelmut. Ich weiß, Helmut. Ich kann das Licht sehen, Dunkelmut. Geh zu dem Licht, Helmut. Es ist okay. Dunkelmut, bevor ich gehe, muss ich dir was sagen. Jetzt kommt der. Was denn? Er ist schwul. Ich hab es extra fallen lassen. Ich hab es immer gewusst, Helmut. 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 Ja, ich sag ja, eine sehr, sehr traurige Geschichte. Das schickt ihm immer für Vorschläge. Nee. Ach, nee. Also, manchmal, ne. Also, nee. Also, ich frag mich bis heute noch, wie kommt man auf solche Videos? Also, wie findet man solche Videos? Das ist immer, immer. Oder besser gesagt, wie kommt man dazu, solche Videos zu produzieren? Ne? Also, wie kommt man auf solche Ideen? Und ich dachte, ich bin schon ein bisschen Ballerballer im Kopf. Aber die Leute, die auf solche Ideen kommen, die, ne, die haben den Bogen überspannt, du. Ja, ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Haut rein und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.